Hallo Leute, heute stelle ich euch meinen neuen Thermobecher vor. Es ist der OneClick Cup und er ist ein wirklich sehr schöner Thermobecher. Er hält meinen Tee und Kaffee für mindestens 4 Stunden warm. Er ist qualitativ sehr, sehr hochwertig und er lässt sich mit einem einzigen Klick hier vorne öffnen und auch wieder schließen. Ich habe hier mal ein bisschen Tee reingemacht. Ich hoffe, man kann das in der Kamera sehen. Und damit möchte ich euch nur zeigen, dass der auch picht ist. Er ist super leicht zu reinigen, er ist spülmaschinenfest, er hat ein super Design und für gerade mal 19,99 Euro ist er wirklich sehr empfehlenswert aufgrund seiner hohen Qualität. Ich wünsche dir mit diesem Thermobecher in Zukunft viel Spaß.